Die Texthefte Ja, ich habe eins dabei. Das ist ja super. Könnt ihr alle lesen? Ja, das ist ein großes Texthefte. Das können alle lesen. Ja, hol da Texthefte und baut dann auch. Das muss ich auch bauen. Das ist jetzt euer Humor hier, ja? Hahaha, der ist klein. So einfach seid ihr gestrickt. Wir fangen den Omen an. Hahaha, der ist klein. Hallo. Ich glaube meine Seite, das war schon richtig schön. Aber bei dir? Bei mir ist es noch nicht so. Das war ja schon... Vielleicht, die können das nicht lesen. Stell den Text mal ein bisschen rüber. Vielleicht müssen die sich auch warm machen oder so. ... Ufff! La ja la ja la ja la la ja WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 1, 2, 3, Oberkörper frei, 4, 5, 6, willst du auch heißen Tee, 7, 8, das Licht wird ausgemacht, 9, 10, 11, ich kann heut nur bis 12, 11, 10, dann muss ich leider gehen, 9, 8, 7, um den letzten Bus zu kriegen, 6, 5, 4, dein Mann steht in der Tür, 3, 2, 1, hallo Heinz, mach uns noch 1, 2, 3, 4, Bier, 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 ein Klavier, ein Klavier.